moin leute was geht hier ist wieder der geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr auf der neuen map hier bei a lobby auf diese kissen drauf kommt und zwar leute müsst ihr hier auf diesem moped und da müsst ihr einfach springen und ducken leute springen und ducken beim abspringen so beim abspringen einmal ducken und ihr kommt hoch leute das ist ganz einfach ihr habt auch eine super aussicht dort und falls auch der cypher dort am eingang seine falle place könnt ihr auch ganz einfach rüber ja das war es auch schon mit dem video leute falls es euch gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und wer noch kein abo da gelassen hat kann es an dieser stelle gerne tun ansonsten bis zum nächsten mal ciao